Vielen Dank für die große Verantwortung, Sie nochmal vom Kaffee abzuhalten. Querdenkern ein Danke, warum die Digitalisierung unsere Personalswahl ins Abseits treibt. Das ist jetzt tatsächlich ein harter Bruch zum Thema, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich habe das auch mal überschrieben mit, warum unser Recruiting traumatisiert ist. Und das möchte ich, ich glaube, dass wir da einen elementaren Schritt machen müssen. Um unser Recruiting zu verändern, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Und das möchte ich gerne Ihnen nur ein bisschen herleiten, warum ich das glaube und wie wir da hinkommen können. Ganz kurz zu mir. Ich mache seit 16 Jahren Recruiting, habe irgendwie nie was anderes gelernt, weil man mich auch zum Teil wahrscheinlich nicht gelassen hat. Ich war lange Personalberater, Terrain-Recruiter, bin jetzt seit 1,5 Jahren selbstständig, unterstütze Unternehmen dabei, selber im Recruiting besser zu werden. Weil ich mich als Personalberater mal gefragt habe, warum können die das eigentlich nicht selber? Weil das ist ja alles kein Rocket Science. Und ich kenne natürlich die Gründe, die liegen meistens in den Ressourcen und in der Zeit und sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz, genau, also seit 16 Jahren. Und ich blogge auf hzabowski.de, das ist auch meine Homepage. Wenn Sie nachher in der Eindruck haben, das macht so ein bisschen Sinn, was der Zerraus erzählt hat, können Sie da mal reinschauen. Vielleicht ganz kurz, wir sind ja in Deutschland und wir lieben Statistiken und Umfragen. Das haben wir ja heute Morgen alle schon gesehen. Ich kann aber mit Zahlen nicht so richtig viel anfangen, bin dann nicht so der Zahlenmensch. Aber ich habe Ihnen trotzdem auch ein paar mitgebracht, um Ihnen entgegenzukommen. Und einfach mal zu schauen, wie entwickelt sich denn der Arbeitsmarkt. Und dann gibt es ja eine Umfrage von Kienbaum und Stauffenbiel, das ist glaube ich relativ valide. Die haben halt die Unternehmen gefragt, Fachkräftemangel, seht ihr den schon, spürt ihr den schon? Und da sagt halt tatsächlich fast die Hälfte eher stark oder sehr stark. Und die anderen sagen neutral oder eher nicht. Aber dann, wie ist die Prognose? Und auch hier, also über 50, also fast 60 Prozent sagen, der Fachkräftemangel wird weiter steigen. Jetzt können wir darüber diskutieren. Digitalisierung sagt ja, da verschwinden ganz viele Jobs. Wir werden gar nicht mehr so viele Menschen brauchen. Andere sagen, nein, die Digitalisierung, die schafft doch ganz viele Jobs. Faktisch weiß das keiner. Wir werden es mal in zwei oder drei Jahren sehen. Was wir wissen ist, natürlich, dass rein biologisch die Arbeitskräfte abnehmen. Einfach aufgrund, es kommen nicht mehr genug nach. Und wenn wir uns das hier angucken, das sind die Erwerbspersonen in Deutschland. Jetzt kann man sagen, ja, wir nehmen noch die ganzen Flüchtlinge und sowas auf, dann wird das alles natürlich wieder anders. Wissen wir aber auch, dass das in Deutschland nicht so einfach ist. Also Arbeitnehmer in Deutschland nehmen rapide ab, weil einfach biologisch nicht genug hinterherkommen. Jetzt können wir die große Hoffnung haben, dass wir sagen, na gut, Digitalisierung, wir brauchen ja auch weniger Mitarbeiter. Weil es verschwinden ja auch nicht mehr Jobs. Dann ist das ja nicht so schlimm. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Im Moment ist es noch so, dass die Unternehmen sagen, ich glaube, wir müssen ein bisschen was tun. Und das ist auch so eine Umfrage von Wolfgang Wittbrede, kennen Sie sicherlich vom ICR. Der hat jetzt gesagt, okay, was sind denn eure Top-Trends in den Unternehmen? Arbeitgeber-Image aufpolieren, die Candidate Experience erhöhen, endlich mit Active Sourcing anfangen. Ja, da reden ja die meisten Unternehmen immer nur von, und jetzt machen sie es vielleicht mal, wunderbar mehr Social-Media-Recruiting. Und ich sage dann ganz böse, naja, also das ist ja so wie immer, ich habe viel zu viel zu tun als Recruiter, ich habe viel zu wenig Ressourcen, das ist das, was ich immer höre, wenn Sie fragen, warum machst du kein Sourcing? Ich habe keine Zeit dazu. Ich habe keine Zeit dazu. Ich muss Bewerber administrieren und Termine und Meetings und Projekte und sonst irgendwas. Und es ist ja auch so viel Neues, es gibt so viele Innovationen und Start-Ups und sonst irgendwas, und man hat ja mal den Eindruck, das kommt in dem Unternehmen nicht an. Warum? Weil die Personaler sagen völlig zu Recht, ich habe keinen Kopf dafür, ich kann mich nicht darum kümmern. Und in Neusachen, muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich halt reindenken und reinarbeiten. Und weil etwas Neues, habe ich halt auch keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe, nutze ich es nicht richtig oder nutze ich es am besten im Zweifel gar nicht. Und ich bin jetzt mal ganz böse, ich weiß nicht, ob Sie Gary Larson kennen, diesen Cartonist. Ja, kommt ein Mann zum Arzt, am Körper übersieht mit Kuhköpfen und bittet den Arzt um eine Diagnose. Und der Arzt sagt, ja, das tut mir leid, Sie haben Kühe. Das ist ganz offensichtlich, oder? Also der Mann bräuchte gar nicht zum Arzt gehen. Mit dem Dilemma, in dem HR heute steht, im Recruiting, nämlich mit keine Zeit, keine Lust, keine Ressourcen, keine Kapazitäten, werden wir das Recruiting-Problem nicht lösen. Wir gehen also immer noch, Recruiting wie immer, mit einem falschen Mindset. Und das Mindset, werde ich Ihnen gleich erklären, was ich damit meine. So kriegen wir das Recruiting-Problem in der Regel nicht gelöst. Jetzt haben wir die Digitalisierung und jetzt sagen wir eine uröse Digitalisierung, ja, die verdicht ganz viele Jobs und jetzt suchen alle nur noch IoT-Experten und die gibt es ja gar nicht, ja. Das heißt, der Brauch for Talents wird ja noch immer schwieriger und immer härter, was soll ich denn eigentlich machen? Und die anderen sagen, Digitalisierung, wie cool ist das denn? Was bedeutet das denn für das Recruiting? Ah, warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Erstmal bauen wir Chatbots für die Bewerber. Ja, dann brauchen wir nämlich erst recht keine Kontaktdaten rausgeben. Das machen wir ja heute nicht, weil wir wollen nicht angerufen werden, weil wir haben ja keine Zeit. Das finden die Bewerber doof, aber wenn wir jetzt coole Chatbots bauen, dann finden die Bewerber das total geil. Und sagen, was ist das für ein innovatives Unternehmen? Die haben ein Chatbot und da kann ich fragen, wie kann ich mich denn bewerben? Und dann sagt der, ja, bewerb dich doch online oder so. Ja, super. Digitalisierung, ganz toll. Und dann haben wir sich beworben und dann sagen wir, da lassen wir doch einen Algorithmus drüber laufen. Genau. Den lassen wir aber 15 Minuten mit dem Computer telefonieren. Gibt es ja inzwischen so Software, ja. Und dann sagt mir die Software anhand der Analyse der Stimme und der Sprache, wie der kommuniziert, ob der auf den Job passt oder nicht. Das heißt, ich muss überhaupt kein Auswahlverfahren mehr machen, das macht der Algorithmus. Ja, und dann gibt es ja noch Predictive Analytics. Ich baue mir eine Plattform und nutze die oder LinkedIn oder wer auch immer. Der sagt mir, wer in einem Jahr garantiert wechseln will. Und dann baue ich jetzt schon einen Kontakt zu demjenigen auf. Ja, und mache über Talentmanagement und dann sagt der ein, ja, Mensch, Zaborowski, ich will wechseln. Woher weißt du das? Ha, 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 Digitalisierung. So, also, das sind die Fragen der Digitalisierung. Ob das alles so stimmt oder alles so funktionieren wird, wir werden es sehen. Wir sehen ja definitiv schon Ansätze davon, ja, wenn die auch erst in den Anfängen sind. Was aber, glaube ich, ganz viel wichtiger wird im Rahmen der Digitalisierung, ist das Thema, was sind denn eigentlich Skills, die für die Zukunft gefordert sind, ja. Und hier haben Sie heute Economic Forum, glaube ich, ganz renommiert. Die haben mal was rausgehauen 2015, lassen wir einfach mal links liegen, gucken wir uns mal 2020 an. Ja, komplexe Probleme lösen, kritisch denken, kreativ sein, People-Management mit anderen zusammenarbeiten, andere koordinieren, aber auch mit ihnen in einem Team zusammenarbeiten, emotionale Intelligenz, Verhandlungsführung, Entscheidungsfindung, etwas, was hier ganz schwierig ist, ja. So, das sind Skills, die in der Zukunft gefordert sind. Warum? Weil, was wird Bingo, ja, alles wird komplexer, ich verstehe gar nichts mehr richtig, es gibt für alles Spezialisten heutzutage, ich als HRer, ich muss Online-Marketing können, ich muss Sourcing können, ich muss Controlling, ich muss Analytics können, das kann nicht armer Recruiter doch alles gar nicht, also muss ich mit Spezialisten zusammenarbeiten, die verstehen mich aber gar nicht, also muss ich erstmal zusehen, wie kann ich denn mit denen kommunizieren, ich muss mich auf die einlassen, ich muss sinnlos oder hoffentlich sinnvolle Meetings halten. Also, ich muss mich vielmehr verzweigen mit anderen Menschen, Zusammenarbeit. Und das ist das, was wir in der Zukunft brauchen, ich sage, das brauchen wir heute schon, jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn die Realität aus. Und da kommt natürlich auch der Titel her, das war mal so ein bisschen in der Presse, bitte keine Querdecker. Andrea Derler hat eine Studie gemacht im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit der Manpower Group unter anderem zusammen. Eine kleine Umfrage, 138 Führungskräfte, aber repräsentativ in Deutschland und in den USA, und hat gefragt, liebe Führungskräfte, wie sieht euer idealer Mitarbeiter aus? So, und jetzt erkläre ich Ihnen hier diese Eigenschaften. Das ist oberste Priorität, ja, verlässlich, produktiv, loyal, begeistert und, mein persönlicher Zahnland, fleißig. So sieht der ideale Mitarbeiter aus. Was bitte, auf gar keinen Fall, ja, auf gar keinen Fall. Er darf noch fröhlich sein, ja, immerhin. Aber bitte nicht selbstbewusst, bitte nicht vom Trend abreichen, bitte nicht schwer beeinflussbar sein. Ja gut, er muss auch nicht ganz selbstbewusst sein, das ist doch schon mal ganz nett. Also, nicht die totale Aufmerksamkeit. Soll ich Ihnen nochmal die Folie von davor zeigen? Finden Sie da irgendwas? Eher das Gegenteil, oder? Jetzt ist die Studie zwei Jahre alt, aber wir wissen alle, wir kennen alle die Realität. Genau so sieht es aus. Und das ist auch logisch. Das macht auch Sinn. Denn warum stelle ich als Führungskraft einen Mitarbeiter ein? Der soll immer ja Arbeit abnehmen. Richtig? Das ist doch nicht einfach dumme Fragen zu stellen, ob er das nicht auch irgendwer anders machen können. Da muss ich mich ja damit auseinandersetzen, wie der im Job, was der eigentlich macht. Ja, und wir haben es ja jetzt hier gehört, also, das kommt ja in der Realität alles noch nicht so wirklich an, ne? Also, wir sind da noch ganz unten. Wo kommt das her? Haben wir gerade auch schon gehört. Von der Industrialisierung. Ja, die Arbeitszeitung der Industrialisierung. Dass Taylor so pervers davor gegangen ist, das wusste ich nun auch nicht, ja? Aber es ist ja ganz klar. Ich zerteile meine Arbeit, um das skalierbar zu machen, ja? Das ist ja heute auch wieder ein schönes Passwort, skalierbar machen. Ich zerteile meine Arbeit und sage, hey, wie eine Maschine, lieber Mensch, du machst immer den gleichen Arbeitsschritt. Und ich erkläre das ganz genau, dann kann jeder Idiot das machen. Und das waren ja in der Regel auch, das sind ja auch die Tätigkeiten, die auch Idioten machen können, ja? Das wurde dann auch auf die Büroarbeiten verteilt. Ja, ich kenne Studenten, die machen Praktikum bei irgendeinem großen Konzern, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, die sagen, ja, ich soll dann Reporting machen. Ich mache den ganzen Tag, also immer so zum Monatsende nichts anderes, als aus Excel-Listen Zahlen per Copy-Paste in eine PowerPoint-Präsentation einzupacken. Ja, vom KIT, Notenschnitt 1, noch was. Die schreiben dann mal eben einen kleinen Algorithmus, ja, um das zu lösen. Aber da gibt es Mitarbeiter, die sowas machen. Also, da kann man Tailorship verstehen, ja? Dass das nicht befriedigend ist, ist auch klar. Das Problem ist halt, die Arbeitsteilung der Industrialisierung hatte schlechte Maschinen. Und damit meine ich nicht dieses komische Glitieren, sondern damit meine ich diese junge Frau. Das war nämlich, oder ist nämlich das Problem unserer Arbeitsgesellschaft, dass wir Menschen als Maschinen behandeln. Ja, dass wir sagen, hey, das ist kein Job. Genau das, nicht rechts, nicht links, das. Bitte keine Querdenker, fang nicht an, bei den anderen um zu bilden und zu fragen, ja, warum machst du das denn so? Du könntest das auch anders machen, dann kommt es bei mir anders an. Nein, das möchte ich nicht. Schlechte Maschinen. Und, Taylor und alle Management-Theorien, die natürlich darauf aufgebaut haben, die haben ja gesagt, alles ist planbar. Und das war ja in der Vergangenheit auch so, oder? Also ganz ehrlich, ich konnte doch in den letzten 30, 40 Jahren, vielleicht mal ab 2001 abgesehen, konnte ich doch gar nicht viel verkehrt machen. Das Ganze lief doch wie geschnitten Brot, oder? Ich musste die Produktion optimieren, Effizienzsteigerung war das Stichwort. Und wenn der Vertrieb nicht, oder wenn ich mehr Umsatz machen wollte, habe ich einfach noch mehr Vertriebene eingestellt. Und dann kam das. Also ich habe gesagt, ich mache A und B, und dann kommt das Ergebnis XY raus. Alles ist planbar. Und so wurde Arbeit organisiert, und dann gab es ja auch Zielvereinbarungsgespräch, ich war ja Personalberater, und dann hat mein Chef am Anfang des Jahres gesagt, Henrik, du machst dieses Jahr 300.000 Euro Umsatz, ja. Ich sage, ja, keine Ahnung, mach ich wohl, was weiß ich, was in einem Jahr ist. Ich weiß auch nicht, was im halben Jahr ist. Aber gut, wenn du das meinst, dann vereinbaren wir das mal. Ich mache auch gerne mehr übrigens, ja, wenn ich es schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, dann wird es Gründe gegeben haben. Aber alles ist planbar. Das sagen uns die Management-Theorien. Und dann gibt es, das kennen Sie, das ist jetzt hier ein Produktdatenblatt von einem Trockner. Ich habe letztens, musste einen neuen Trockner kaufen, und dann guckt man mal so, was kann der denn so, ja. Und was kann der nicht, brauche ich davon was, ja. Ich sage, ich habe die Aufgabe zu erfüllen, und jetzt mache ich mir ein paar Vorstellungen, ist ja bei Softwareauswahl genauso, ne, was muss Cornerstone denn können. So, kann die das, können die das, können die das, können die das, jawohl. Kommt Ihnen das ja bekannt vor? Das ist das gleiche in Grün, oder? Das ist ein Produktdatenblatt. Das ist ein Produktdatenblatt. Ja, was kann der Zerberaufsgehen? Ja, der hat studiert, mit 1,7, geil, habe ich natürlich auch bewusst reingeschrieben, ja. Und was hat denn der für Station, hat der den gleichen Job, den ich jetzt zu vergeben habe, in der Vergangenheit schon gemacht? Ah, super. Also der kann trocknen mit 1.400 Umdrehungen, super. Ja, so, und weil das natürlich völlig dämlich klingt, ja, wenn wir sagen, schicken Sie uns mal Ihr Produktdatenblatt, dann sagen die Unternehmen halt auf ihre Homepage, das machen sie auch, also bei uns steht der Mensch im Vordergrund, und uns geht es um die Persönlichkeit, und ganz ehrlich, das ist ja Bullshit. Es geht nicht um Persönlichkeit. Sie können abends Frösche aufblasen, ums Feuer tanzen, nackt oder sonst irgendwas. So lange Sie tagsüber im Büro Ihren Job machen, ist Persönlichkeit völlig egal. Völlig egal. Sie dürfen halt nur nicht auffallen, ja, oder anstößig werden oder sowas. Persönlichkeit interessiert nicht. Und im Bewerbungsprozess sowieso nicht. Und auch mal ganz ehrlich, wie transportieren Sie denn bitte auf drei Seiten, nämlich anschreiben und zwei Seiten Lebenslauf, weil bitte nicht mehr, ich habe ja gar keine Zeit, so viel zu lesen, wie transportieren Sie da eine Persönlichkeit? Das ist doch nur ein Scherz. Also, wenn ich so allgemein akzeptiere das, weil wenn ich jetzt zu Ihnen gehe und sage, wissen Sie, was ist Ihre Persönlichkeit? Die passt auf drei Seiten, dann würden Sie mir wahrscheinlich einen in die Fresse hauen. Zurecht. Das funktioniert nicht, das ist Quatsch. So, und das führt uns zu dem Ergebnis, HRPR, wir haben hier eine Studie gemacht mit Softgarden, liebe Bewerber, wie erlebt ihr denn die Bewerbung? Und da schreibt dann halt eine, ein Mädel, nein, man bewirbt sich ja als Person, als Mensch, aber ich werde eigentlich behandelt wie eine Ware, die auf Amazon angeboten wird. Ja, ist doch so. Ja, bist du auch. Also, was sind unsere industriellen Ausweichkriterien? Formelle Abschlüsse? Wo hat er denn studiert? KIT, Uni Mannheim, Hochschule Bremen. Was hat er für Fachwissen? Und jetzt sagen wir ja alle immer, Fachwissen veraltet ja so schnell. Lebenslanges Lernen. Ja, aber suchen Sie mal einen SAP-Berater. Und dann kommt Ihnen einer, der sagt, Samrofsviel, habe ich jetzt gerade gemacht, ja. Ich habe fünf Jahre HR-Erfahrung und ich habe jetzt ein SAP-Berater-Zertifikat gemacht. Ich sage ja, sorry, damit wirst du nichts. Die Unternehmen, die wollen den, der schon seit fünf Jahren SAP-HCN-Beratung macht und nicht der jetzt gerade ein Zertifikat gemacht hat. Also Fachwissen. Beherrschen Completer-Tools und dann sagen wir, vergangene Erfolge. Hey, der macht seit fünf Jahren Personalberatung oder Vertrieb oder Controlling. Deswegen, dann muss der das ja auch können, oder? Und dann muss der ja auch bei uns erfolgreich sein. Und der hatte da keinen Erfolg, ja, dann ist das eine Pfeife. Und wenn ich mal diese ganzen halben Kriterien wie Noten und sowas mal berücksichtige, dann fasse ich das zusammen mit, das ist halt Städigkeit, Kontinuität und Fleiß. Ja, gute Noten in der Schule. Ich war auf der Waldorfschule, ich hatte einen Notenschnitt von vier bis fünf. Dann war ich auf der Höhe der Handelsschule, da habe ich einen Schnitt von 1,1 bis 2. Und dann habe ich studiert und bin mit 1,7 ausgegangen. Warum? Ich habe angefangen zu lernen. Das habe ich vorher nie gemacht. Kontinuität, Städigkeit und Fleiß. Das war der Unterschied. Vorher hat mich das alles nicht interessiert. Vielleicht bin ich gar nicht so schlau, dass ich die Note verdiene, ich habe sie mir nur erarbeitet, ich weiß es nicht. Das Problem ist, und das ist nur ganz kurz eingeschoben, individueller Erfolg ist ein Mythos. Also diese Idee, da macht jemand seit fünf Jahren Controlling oder ist erfolgreicher Vertriebler, dann würde das auch in Zukunft sein, ist Quatsch. Individueller Erfolg ist ein Mythos, sagt Nils Pflegig, ehemaliger Top-Controller im Konzernumfeld, der sich jetzt selbstständig gemacht hat, vor ein paar Jahren schon zum Thema New Work und Organisationsentwicklung berät. Und einer meiner Lieblinge, Rüdiger Hossib, Eignungsdiagnostikpapst in Deutschland, der sagt, das Problem ist, dass wirklich niemand ein auf neuem Ansatz funktionierendes Modell von individuell verursachten beruflichen Erfolg hat. Also diese Idee, da ist einer fünf Jahre lang erfolgreich, das liegt an ihm als Person. Sagt Hossib, ist Quatsch. Woran liegt es? Das wissen wir alle, wenn wir uns das Leben angucken. Es liegt an ganz, ganz vielen Umständen. Am Umfeld, am Chef, am Produkt, an den Zeiten, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht, das erste Mal als Personalberater, da lag die Wirtschaft am Boden und das war noch in Bremen. Das konnte nicht funktionieren. Ich war drei Jahre lang relativ erfolglos selbstständig, bin dann wieder in den Job gegangen, war fünf Jahre lang der erfolgreichste Personalberater in einem Team von zehn Leuten. Komisch, oder? Drei Jahre lang nach Solutenite, fünf Jahre lang der Superstar. Immer noch dieselbe Person. Individuell Erfolg ist ein Mythos, muss ich Ihnen mal ganz klar so sagen. Können wir natürlich immer nicht so gerne. Das Ganze führt dazu, also diese Management-Theorien, die sagen, hey, du musst das nur planen, du musst das nur so und so machen, wie diese Schritte dann funktionieren. Du kannst alles schaffen, schackern. Ist Quatsch. Gerade in der heutigen Zeit, gerade jetzt in den Umwelten, die durch die Digitalisierung kommen. Und deswegen sagt zum Beispiel Guido Bosbach, fuck you technology. Das ist ein Blogartikel, habe ich Ihnen mitgebracht. Schauen Sie mal rein. Und er beschwert sich so ein bisschen, dass er sagt, hey, die ganzen Manager, die jetzt in Silicon Valley reisen, um sich da drei Tage das anzugucken, wie die Googles und Co. arbeiten und dann zu sagen, jetzt weiß ich, wie New York funktioniert. Das ist Quatsch. Weil die Digitalisierung fordert einen Technologiewandel in einem Bereich, der seit fast 100 Jahren kaum Updates und Updates erfahren hat. Der Management-Technologie. Wir sind immer noch bei Taylor. Wir sind immer noch bei Taylor. Und das funktioniert nicht mehr heute. Und deswegen sagt er, Menschlichkeit ist der wichtigste Schlüssel für zukünftigen Erfolg. Was sagt das Economic Forum? Kreativ, Probleme lösen, zwischenmenschliche Zusammenarbeit. Und Markus Sassenrath, Chief Digital Officer eines Automobilzulieferers, hat ein Buch geschrieben, New Management. Und er sagt das auch, die Bedeutung der Qualität der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Beziehung in der Zusammenarbeit, das wird der Schlüsselfaktor. Technologie ist es nicht. Es geht nicht, Digitalisierung ist kein IT-Thema. Es ist ein Mensch-Thema, ein Mindset-Thema. So, und warum spiele ich darauf ab? Weil ich Ihnen klar machen möchte, dass diese Auswahlkriterien, die wir haben, mit zukünftiger, bisheriger Erfolg, und was hat er denn gemacht, fünf Jahre Kontrolle, egal, dann kann er das auch, dass das nicht funktioniert. Und witzigerweise, wir leben das ja auch. Ich habe Ihnen mal hier Vanessa Vrede mitgebracht, die ist Personal, Head of Personalentwicklung, Personalentwicklung bei einer Agentur in Bremen, die hat angefangen als Projektmanagerin, das ist eine Agentur, Projektmanagement, E-Commerce. So, dann war die im Urlaub, kam wieder, und da hat ihr Chef gesagt, du, der Personalentwickler hat gekündigt, willst du das nicht machen? Boah, weißt du, doch, doch, wir trauen dir das zu. Dann hat die eine Schulung gekriegt, und dann hat die sich dahin gearbeitet. Ja, und die macht einen richtig geilen Job, die macht auch Recruiting richtig, richtig gut. Wenn sie sich als Projektmanagerin in der Agentur auf einen Personalentwicklungsjob beworben hätte, woanders hätte sie die Idee gekriegt? Sehr unwahrscheinlich, oder? Sehr unwahrscheinlich. Anderes Beispiel, ich war gestern bei Bosch, Christina Radminger, ja, die kommt aus dem Finance-Bereich, die war CFO, die war Beraterin, dann ist sie zu Bosch als Gruppenleiterin im Sales-Controlling. Und jetzt, Senior HR Business Partner, und baut man das ganze Thema Active Sourcing auf, Recruiting-Innovation. Warum? Weil man sie kennt. Weil die Leute gesagt haben, hey, du bist pfiffig, du kannst reden, du bist kommunikativ, du kannst mit den Menschen, du hast was in der Birne, das bisschen Fachwissen, was du brauchst, wie Recruiting funktioniert, das ist ja kein Rocket Science. Ja? Das bringst du dir halt bei, oder wir bringen dir das bei. Wichtig ist doch, dass wir wissen, wer du bist. Also, intern funktioniert das. Intern funktioniert im Wechsel. Und dann muss ich doch, wenn das so ist, dann muss ich mir doch ganz klar sagen, unsere Personalausweise ist Schrott. Unsere Personalauswahl ist absoluter Schrott. Und Sie dürfen, ich frage es jetzt nicht, das möchte ich nicht blamieren oder bloßstellen, ja, worauf achten Personala bei der Bewerbung? Können Sie alle Bewerbungsratgeber lesen? Die fragen ja auch immer die Personala und da ist nur Schrott bei. Ja? Das Anschreiben bitte nur eine Seite, es dürfen auch zwei Seiten sein, ja? Ein Lichtbild ist nicht wichtig, muss auf jeden Fall, bitte in schwarz-weiß, bitte in Farbe, bitte kein Hobbyfoto, jeder hat eine andere Meinung, ja? Lücken im Werdegang, ganz verdächtig, könnte ein Querdenker sein, ja? Oder einer, der nichts kann, ja? Dann hier, Bewerbung ist so ausführlich, das geht schon mal gar nicht, die Anhänge fehlen, boah, der hat sich aber keine Mühe gegeben, Rechtschreibfehler und so. Wissen Sie, was Sie da suchen? Sie suchen den perfekten Bewerber. Sie suchen einen, der eine perfekte Bewerbung schreiben kann, ja? Und ich sage Ihnen, Wer die perfekte Bewerbung schreiben kann, der ist wahrscheinlich in seinem ursprünglichen Job eine Null, sonst hätte er nämlich schon längst wieder einen neuen Job und müsste sich nicht ständig bewerben. Wer sind denn die Guten, die sich nicht bewerben müssen? Und das heißt dann, ich spreche jemanden an und er sagt mir, und ich sage, oh Mensch, ja, und hast du mal für den Fachbereich ein CV? Sagt er, ich habe keinen Lebenslauf, ja, man ist drei Jahre alt, ich muss, ich brauche das nicht, ich habe das nicht. Oder ein Anschreiben, wozu soll ich den Anschreiben schicken? Das ist völliger Blödsinn. Sie sagen hier, wir alle, ja? Wir gucken erst mal, ob jemand sich bewerben kann. Das ist so, als wenn ich einem Profigolfer sage, damit du zum Turnier zugelassen wirst, schieß mal bitte auf die Fußballtorwand. Ja? Und wenn du dreimal getroffen hast, dann kannst du gut golfen. Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Ja? Bewerbung ist völlig egal, wie die aussieht und was da steht. Sie wollen einen Controller einstellen. Einen Softwareentwickler, einen Vertriebler, irgendwas. Und jetzt frage ich Sie, ich habe ja gerade einen Trockner gesucht, ich habe etwa 5 Stunden damit verbracht. Ja? Online, und dann bin ich zu Saturni gegangen, habe mir das Ding mal angeguckt, live, und dann bin ich nochmal Preise gecheckt und sonst irgendwas. Ja? Etwa 5 Stunden. Urlaub, Familie, Familie, zwei Kinder, Teenager, die wollen WLAN haben, jeder ein eigenes Zimmer, wir haben einen Hund, der braucht einen Garten mit Zaun, meine Frau wollte eine anspruchsvolle Ausstattung. Ja, also 10 Stunden ist wahrscheinlich noch zu wenig. Ja? Ich wollte, ich wollte, dass es bezahlbar ist. Wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung suchen, suchen Sie in der Regel, wer, wo, 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 wo? So, das sind die Investitionen, 500 Euro für 5 Jahre. Ah, 2.500 Euro für 2 Wochen. Ja? Hier kommen wir dann schon in die 100er Bereiche, Beziehung ist unbezahlbar, wenn sie läuft. Wunderbar. Wie lange brauchen Sie denn, um eine Bewerbung zu sichten? Brauchen Sie mir nicht beantworten. Ja? Wolfgang Brickwilde, ICR, kauft mal regelmäßig eine Umfrage und das sind realistische Werte. Ja? Das sind realistische Werte. Sagen wir mal 2, 2 bis 6 Minuten. 2 bis 6 Minuten. Und dann haben Sie die Leute schon alle rausgespissen. Zack, zack, zack. Und die Leute, denen Sie eine Chance geben, mit denen investieren Sie nochmal 3 Stunden, nämlich 2 mal 1,5 Stunden, Bewerbungsgespräch. Das ist eine Investition, wo Sie sagen, er soll aber 5 oder 10 Jahre bei mir im Unternehmen bleiben. Und der kostet mich jedes Jahr 40, 50, 60, 70.000 Euro. Und für einen Trockner nehmen Sie sich mehr Zeit. Das stimmt doch was nicht, oder? Ja, das stimmt doch nicht. Und deswegen sage ich immer allen Bewerbern, die sich wundern, sage ich, ich pass perfekt auf den Job, warum werde ich nicht eingeladen? Ich sage, ja, Bewerben ist wohl nett. Bewerben ist wohl nett. Ja? Da liegt Ihre Bewerbung beim Fachbereich und der hat keinen Stress mit seiner Frau. oder mit seinen Mitarbeitern. Ja? Und hat da überhaupt keinen Kopf für. Und nach 2 Wochen sagt er, ach scheiße, ey, jetzt ist mir auch peinlich. Ist auch egal. Gibt bestimmt nochmal andere Bewerbungen. Oder guckt da mal eben drüber und sagt, oh, nee, ach, weiß ich auch nicht. Nee. Das ist doch Daily Business. Ich mache den Job seit 16 Jahren. Ich erlebe das ständig. Ständig. Ja? Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Die Leute haben ja dann andere Prioritäten. Die machen das ja nicht böse für dich. Die sagen nur gerade, jetzt habe ich gerade keine Zeit oder so. Und die lesen halt was falsch. Und da sind wir bei Kommunikation. Recruiting ist Kommunikation. Und da sagen die Leute immer, kommunizieren Sie, warum Sie bei uns arbeiten wollen. Ich hatte mal eine Stelle, einen Superspezialisten. Ich habe gesourcet, keinen gefunden. Wir haben Stellen geschaltet. Nach 4 Monaten eine Bewerbung bekommen. Der hatte eine Auszeit genommen, war ein Jahr in den USA. Jetzt gerade frisch in Deutschland zurück. Hat ein super Anschreiben formuliert. Super Anschreiben. Alle Fragen beantwortet. Ich schicke das zum Fachbereich und kriege keine Rückmeldung. Ich denke, was ist hier los? Habe ich ihm nachher angestiegen. Und er sagt, jung, was ist? Ja, ich glaube, der passt nicht. Ich sage, warum? Ich glaube, der ist nicht reisebereit. Warum? Er ist halt da nicht reingestiegen. Ich sage, lass uns ihn doch mal anrufen und fragen, bist du reisebereit? Und dann habe ich ihn angerufen. Er sagt, ja klar, er ist ja nicht reingestiegen, weil das ist ja logisch für die Position. So entstehen Missverständnisse und dann sagt er halt im Zweifel im Fachbereich, der E-Land unter ist, der Amt kann mich jetzt nicht auseinandersetzen. Oder der Recruiter. Und dann ist abgesagt. Also wir werden es wohl nett. Und die Frage ist, ob Sie sich das leisten können. Ob wir uns alle das leisten können. Das andere Thema ist halt auch die Frage der Form. Es ist immer gleich. Sie suchen Softwareentwickler, Sie suchen Controller, Sie suchen Vertriebler, einen Journalisten. Es ist immer die gleiche Art. Schicken Sie mir einen Ansteiger und einen Lebenslauf. Und noch ein paar Zeugnisse mit. Und jetzt frage ich Sie, jetzt gehen wir mal auf eine persönliche Ebene. Angenommen, ich würde eine Partnerin suchen. Und ich sage, ah, ich bin so gemütlich und intellektuell und ich bin so belesen und so. Meine Traumfrau, die muss genauso sein wie ich. Mit der möchte ich abends ein Glas Wein und Kaminfeuer und über Gott und die Welt reden und über Saatbrühe. Hast du nicht gesehen. So. Wenn ich das jetzt in die Welt rauspuste, wie könnte mir jemand denn klar machen, dass sie die Wichtige ist? So, ihr Lieber, Partner. Mir würde, ich würde sagen, hey, ein Video. Ein Video, wo sie einfach philosophiert über die Welt und sich so ein bisschen vorstellt und vielleicht zitiert sie noch aus Syrvalu, der Bergerac, ich liebe dich, ich bin toll, verrückt von Sinn, zum Glockenspiegel macht es zu meinem Herzen. Und ich sage, ah, ja, das ist genau das, was ich suche. Ja, und dann würde ich mich natürlich mit der guten Frau treffen. Und da muss man halt Feintuning machen, ob das auch passt. So, jetzt sagen wir, Intellekt wird völlig übergewertet. Ich bin sportlich, ich sehe gut aus, ich bin auf vielen Veranstaltungen, ich muss repräsentieren, da brauche ich auch eine Partnerin, die dazu passt. Das ist also sportlich gut aussehen, alles andere ist völlig egal. Ein Video wäre so eine Option, aber ganz ehrlich, was würde mir da reichen? Ein Foto. Rufen wir hier an. Ja klar, erfüllt alle meine Antworten. Ob die was in der Birne hat, ob die Stimme mir passt, ist das aber völlig egal. Das war meine Antwort und war gut aussehen, sportlich. Das erfüllt sie. Zeigen sie mir durch das Foto. Und sie suchen Controller und sie suchen Softwareentwickler. Wie können die zeigen, dass sie gute Software entwickeln? Nicht durch eine Bewährung. Oder? Es geht so weit. Hier ist eine Studie in Harvard Kennedy School, eine Professorin, die haben für die medizinische Fakultät, haben die Auswahlverfahren gemacht, welche als Studenten zugelassen werden. Und da haben die ganz viele rausgeschmissen mit Auswahl, Vorstellungsgesprächen und so. Und irgendwie hatten die auf einmal noch Platz frei und haben gesagt, Mensch, wir könnten einfach noch Studenten noch dazunehmen. Und dann haben sie 50 Studenten oder Bewerber, denen sie abgesagt hatten, nach dem Auswahlverfahren, haben sie gesagt, hey, du kannst bei uns studieren. Und dann haben sie drei Jahre später überprüft, wie ist denn jetzt die Leistung? Weil die Theorie muss ja sein, wir haben denen ja abgesagt. Das heißt, die müssten ja eigentlich das nicht können. Ergebnis ist, die sind genauso gut oder schlecht wie die 150, die durch sie das Auswahlverfahren geschafft haben. Ganz schön bitter, oder? Was haben sie da an Ressourcen verschwendet? An Zeit. Und dann sagt sie, persönliche Gespräche sollen den Arbeitsluten die Gelegenheit geben, den Arbeitgeber kennenzulernen in der Diagnostik. Also als eigentliches Auswahl-Tool haben persönliche Gespräche nichts verloren. Das ist Quatsch, können sie schenken. Ist ein bisschen provokativ, so weit würde ich nicht gehen, aber zum Beispiel, ein Beispiel, was ist das valideste Tool, um eine Eignung für den zukünftigen Beruf festzustellen? Intelligenztest. Intelligenztest. Das valideste Tool, eignungsdiagnostisch bewiesen, seit Jahrzehnten. Was ist das unbeliebteste Tool in der deutschen Personalerandschaft, in der Personalauswahl? Intelligenztest. Witzig, oder? Nee, nicht witzig. Das ist aber, dann sagt, HR sagt das aber diskriminierend. Ja. Ist es. Aber es muss ja auch nicht jeder gleich intelligent sein, oder? Es gibt ja auch Jobs, da muss ich gar nicht superintelligent sein. Da ist Intelligenz wahrscheinlich sogar hinderlich, weil ich mir immer die ganze Zeit die Haare raufe. Und solche Jobs gibt es ja auch zu benühen. Also, das ist ganz gruselig, wie wir Personalauswahl betreiben. Und das führt mich halt dazu, dass wir sagen, hey, wir brauchen Perspektivwechsel. Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Wir konnten uns das in der Vergangenheit leisten, weil es gab ja genug Bewerber. Und dann haben sie aus den 100 Bewerbungen, haben sie es pseudowissenschaftlich gemacht, und haben erstmal geguckt, wir haben ein schönes Foto, und ist die Mammel auch ordentlich und wenig Tippfehler. Und dann haben sie gesagt, hey, die gucke ich mir weiter an. Validität, das ist Quatsch, der hat damit nichts zu tun. Ich sage ihnen, aus 100 Bewerbungen können sie auch 10 rausgreifen, und sich die angucken, und davon laden sie 5 ein. da werden sie davon einstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trefferquote gleich ist, ja, aber das ist natürlich unseriös. Also sagen sie, nein, wir sortieren jetzt mal nach Fotos. Der Mensch ist mehr als seine Kenntnisse. Und jetzt kommen wir in die Digitalisierung. Nochmal, World Economic Forum. Es geht ihm nicht mehr um Fachwissen aus der Vergangenheit, das ja eh veraltet ist. Es geht nicht um bis hier 30 Prozent. Das heißt, wenn sie 10 Bewerbungen haben, dann sagen sie 5 in der Regel ab oder 6 und 3 davon, die könnten den Job auch. Wissen Sie, was das heißt an Masse, was sie da wieder für Potenzial haben? Gerade dann, natürlich nicht, wenn sie 200 Bewerbungen bekommen, Trainee Marketing oder so was. Vergessen sie es, machen sie es weiter wie bisher. Ja, aber SAP-Berater oder so was, da fangen sie dann nicht an mit der, da wird jetzt wieder im Anschlag. Und ich habe das sogar erlebt. Ich habe Menschen gehabt, denen habe ich 100 Prozent, musste ich den absagen, das passt hier überhaupt nicht. Und dann habe ich den angeruft, habe gesagt, wissen Sie was, ich muss ihm absagen, aber ich finde ihr Profil so geil. Sie sind einfach ein cooler Typ, was sie so gemacht haben. Dann sagt der Zawowski, ich war mir auch nicht sicher, ob ich passe, aber ganz ehrlich, was fehlt Ihnen denn? Ich sage, das und das und das und das kannst du nicht, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht des Fachbereichs. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Und dann hat er mir das erklärt. Das Ende vom Lied ist, Telefoninterview mit dem Fachbereich, Fachbereich war begeistert, persönlich ins Gespräch, wir haben ihn eingesteckt. Top Bewerber. 100 Prozent Absage. Ja, 100 Prozent, dann hat er Unterraten. Das Problem ist halt, Kennenlernen braucht mehr Informationen und die kriegen Sie nicht durch ein CV, weil, worum geht es denn? Es geht um grundlegende Fähigkeiten. Es geht zum Beispiel um die Frage, also ich kann gut, einigermaßen gut kommunizieren, damit kann ich aber ganz viel machen. Damit kann ich Personalberater sein, Recreter sein, damit kann ich Pastor werden, damit kann ich Fernsehmoderator werden, wenn das würde es heute noch geben, wenn Sie mich reingelassen hätten. So, also, das ist eine Fähigkeit und wo ich die einsetze, das ist doch erst mal, das ist doch völlig egal, das Umfeld, das kann ich ja lernen, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht bezahlen, ja, aber andere Menschen können halt super bezahlen. Ja, dann gibt es dir doch die Möglichkeit, das auszunutzen. Was sind meine Erfahrungen? Ich habe mal eine Schülergruppe geleitet, ja, oder ich habe das, das Firmenfest organisiert, ich bin eigentlich Controller, ja, mit Organisation überhaupt nichts am Hut, aber das habe ich gemacht, und alle waren begeistert, ja, oder ich schlage immer Texte, ich blogge oder sonst irgendwas. So, das sind Erfahrungen, die ich mache, und dann natürlich auch meine Interessen. Wenn ich Hundeliebhaber bin, dann werde ich wahrscheinlich im Online-Marketing eines Hundetierfutter-Nahrungsherstellers irgendwie mich wohler fühlen als bei BMW oder sowas, ja, vermute ich, weil mich Autos vielleicht nicht interessieren. Was sind meine Ziele und Wünsche? Meine Persönlichkeit? Arbeitsaufwand, ganz wichtig. Brauche ich einen Chef, der mich ganz kurz führt? Das gibt es ja, finde ich ganz gruselig, ne? Aber also, es gibt ja Menschen, die wollen das. Die wollen wissen, was wird von mir erwartet. Und ich sage, Chef, lass mich in Ruhe. Ja, wenn du dich einmal im Monat was fragst, dann ist es okay. Deswegen habe ich mich ja auch unter anderem selbstständig gemacht, So. Das ist Arbeitsumfeld, und das müssen sie wissen. Das müssen sie wissen. Um dann eben auch zu wissen, ja, was habe ich denn als Unternehmen für ein Umfeld? Wie viele Menschen habe ich gesprochen, die gesagt haben, ich habe gekündigt, weil ich kam mit meinem Chef nicht klar. Und dann denke ich nicht, oh Gott, der hat voll der Quirulant, sondern sage ich, okay, wie war denn dein Chef? Ja, der hat mich an der kurzen Leine geführt. Und du willst an der langen Leine? Ja. Und dann kann ich mich fragen, biete ich als Unternehmen, als Fachbereich, das an? Ist der Chef, führt er an der langen Leine? Dann muss ich sagen, perfekt, herzlich willkommen, du bist ja genau richtig. So, und jetzt kommen wir zum Thema Digitalisierung. Wir müssten eigentlich eine Menge von Daten sammeln, ja, und das ist, ich habe ihn jetzt hier, das ist leider ein bisschen klein, aber Sie kriegen die Präsentation an. Das ist ein Startup, mit dem treffen wir mich am Mittwoch. Ich habe den gebeten, zeig mir mal, was du da machst, ja, und die sagen, hey, unser Ziel ist, wir gehen wie bei Google ein, ja, suchen kulinarisch affinen Programmierer für den Rollout unseres internationalen Rezeptportals. So, und dann matche ich diese ganzen Daten über verschiedene Algorithmen und bekomme dann eine Trefferliste, wo mir einer sagt, ich koche gern kreativ, ich bin Programmierer, ja, von der Pika auf gelernt, Foto- und Videoherstellung, das heißt, dem könnte ich auch sagen, hey, fotografier mal die Rezepte oder die Gerichte dann und sowas, ja, und der hat, der hat, wer hat Interesse an was, ja, und dann, und da springe ich jetzt einmal zurück, das ist eine Seite, nur mit Informationen über Fähigkeiten und Erfahrungen, Projekte, die die gemacht haben, ja, das, wenn sie sich das durchlesen, das sind sieben, acht Seiten oder sowas, was wir ja nie händeln können, aber da sind wir dann bei künstlicher Intelligenz, ja, und die sagen, hey, der Algorithmus kriegt das hoffentlich hin, und dann haben sie nachher eine Trefferliste von Leuten, die nicht nur die Sachen können, sondern auch eine Affinität dazu haben. Und damit komme ich zum Schluss. Das ist der Punkt, Kennenlernen braucht Zeit. In der Zukunft, wenn wir wirklich knapp sind mit Mitarbeitern und mit Bewährern, dann geht das nicht mehr mit zwei Minuten aussortieren, sondern da muss ich mir Zeit nehmen und da muss ich zum Hörer greifen, Leute anrufen und fragen, pass mal auf, ich habe da nochmal drei Fragen, wo heute die Leute aussortiert werden, oder zumindest auf dem B-Stapel, ja, und ich beschäftige mich erstmal mit denen, wo ich keine Fragen habe, und ich sage, ruf an und stell deine Fragen, und die werden sich in der Regel klären, und du wirst sagen, hey, super, schön, dass wir drüber gesprochen haben, herzlich willkommen zum Gespräch. Kennenlernen braucht Zeit, und da sind wir übrigens auch bei der Probezeit, das ist auch ganz böse, ja, ich sage ganz ehrlich, Leute, nutzen Sie die Probezeit. Für beide Seiten. In zweimal und anderthalb Stunden festzustellen, ob jemand passt oder nicht, ist völlig unrealistisch. Der sitzt dann irgendwann im Job und dann macht er das. Und ich kenne Unternehmen, die machen Teamrecruiting, das heißt, da lernt das ganze Team die Leute kennen, und dann machen die einen Probearbeitstag, ja, dann sieht er schon mal, wie wird er gearbeitet, und trotzdem sagen die, unsere Fehlerquote ist immer noch enorm hoch. Wir stellen immer noch Leute ein, trotz dieses ganzen Aufwand, so, wir denken, die passen, und wir müssen die nachher kündigen oder die kündigen, weil sie sagen, es passt nicht. Das ist einfach komplexer, als wir denken. Und deswegen halt auch Probezeit nutzen, und das ist nur in Deutschland ein Problem, weil wir sagen, Moment, da ist ja einer in der Probezeit rausgeflogen, da kann einer was nicht. Wenn wir dieses Denken nicht hätten, wäre das alles kein Thema. Die Digitalisierung macht endlich, möchte ich sagen, ich habe mich in meiner Diplomarbeit 99, 2000 schon damit beschäftigt, macht endlich den ganzen Menschen nötig und halt sichtbar, über künstliche Intelligenz hoffentlich, und jetzt braucht es nur noch von uns allen und von den Fachbereichen ein neues Mindset, um uns darauf anzulassen. Das ist mein Schlussplädorien. Vielen Dank. Vielen Dank.